Ja eh, das ist die zweite Episode von Drift Bastards TV! Sali! Wer hätte es gedacht, ich bin schon wieder der Host! Aber das ist auch ungeblich ein Solo-Trip von mir! Wir sind gerade im traurigsten Loch der Schweiz. Ich glaube, hier unten wird mehr geflucht. Hier unten wird mehr geflucht, als der Hölle selber macht. Das ist der Kuhbrust! Ich bin fucking allein auf dem Weg, auf Ruppwil, in Karparn. Und dort driften wir Indoor. Und dort driften! Alter, kranker Scheisse! Winkengibbeli! Aaaaaaah! Wow! Winkengibbeli! 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 3, 2, 1! Bäh! Ich würde gerne nicht schlecht sein! Hallo Squad! First off! Das war schon nach der Ruppen! Ziber, du bist der Go Pro Pro! Ich bin echt Go Pro Pro! Damn man, wank, was ein Spass! Sieber, ey! Ja! Gute Gau! Aber wie macht man das? Wir sind jetzt in der Untergrund, wo wir den Lift aufgehen. Jetzt machen wir das mal. Krank! Geil, oder? Das ist schon geil! Schau! Ach, das ist gut! Auf die Sorge! Schau! Schau! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018